Was ist Ihr Fazit nach der Behandlung? Im Nachhinein hätte ich diese Behandlung im Grunde viel früher gemacht. Die größte Erleichterung ist, morgens nicht immer an die Kontaktlinsen zu denken, abends die auch rechtzeitig rauszunehmen, am Rechner weniger brennende Augen zu haben. Im Grunde ist durch das Tragen der Brille und Kontaktlinse fehlten mir viele Freiheiten, die ich jetzt durch die Behandlung bekommen habe und dadurch wäre mir vieles erspart gewesen. Die Behandlung